hallo herzlich willkommen zu einem neuen video ich muss mich jetzt noch umziehen weil ich noch in den arbeitsklamotten bin weil wir sind nämlich im moment unser badezimmer und unsere wandern aufbauen daran gibt es ein paar probleme ich zeige jetzt nicht hier hinter mir den boden weil mein zimmer ist sehr unmehrendlich weil ich hätte gestern nach hause gekommen wenn ich alles einfach irgendwie hinschmissen habe aber wir fahren heute nach köln in das ganze ausschaut mich ziemlich so schnell um und dann fahren wir los ja Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.